Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Okay, der geht nicht auf Warum geht der jetzt auf? Warum geht der jetzt auf? Warum geht der jetzt auf? Oh, warum tue ich das? Das ist doch das ideale Versteck für ihn Oh, fuck ist das Onkel Und Ich muss mir andere Schuhe anziehen, Alter Ich bin ja viel zu laut Du scheiß da hat die Fresse Hotfoot, kacke Ich hab Hotfoot in meiner Pan, Alter Also in meiner Unterhose Was, klar Speichern Ihr wisst nicht, wie ich mich freue, dieses Ding zu sehen, Alter Vielleicht wie ich am Arsch Okay Ich bin ja so ein Teil Revolver aufnehmen Und es ist sogar noch geladen Alter Soll ich sowas machen mit mir Oh Gott Also mal ganz ehrlich Ich würde mich jetzt echt langsam sicher fühlen, wenn ich mal das Alien hier vorbeilaufen sehe Damit ich weiß, dass es da ist Einfach nur noch zu wissen, wo es ist Hallo Warum gibt es hier eine Notfallüberbrückung? Wenn ich das drücke, dann mache ich das hier zu? Weiß ich nicht Ich lasse es mal lieber Ich meine, ich bin ja ein Mann des Knöpfe drückens Aber In dem Fall mache ich mir eine Ausnahme Ey, muss denn alles in so einem Scheiß nicht gehalten werden, ey Was? Was für ein Flugschreiber? Ich habe was gefunden, das ist nicht gut, Leute Das funktioniert nicht Das funktioniert nicht So reagiere ich auch übrigens immer Okay Was? 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 Nein, 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 nein zu sein also die schnauze jetzt das sollte machen was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen das viel kommt doch gleich hier kann ich nicht machen hier kann ich nicht ich bin ich jetzt so blöd oder was ich weiß was ich machen soll okay so warte mal kurz leute ich muss das gedrückt halten dafür ist der knapp da also was du bist eine leiche du bleibst also liegen ich gehe da jetzt rein ich stelle mich in den fucking schrank rein und bleib hier bis ende der folge ok die musik entspannt sich auch kein bisschen ich könnte ein bisschen fachstuhlmusik gebrauchen wie sehr würde ich mir jetzt fachstuhlmusik wünschen bleibst du scheiß tür sprengkapseln oh yeah oh yeah ich habe zwar revolver aber hier bin ich schweinefroh das zu haben scheiße was war das also ich glaube ich höre es ich gehe wieder weg kein problem scheiß tür fuck alter hey du musst warten ich bin gerade am hacken zum glück stressen die geräusche kein bisschen mal ganz einfache frage woher weiß ihr jetzt dass in diesen kisten nichts vernünftiges drin ist woher weiß sie das sind wir mal reingucken aber jetzt aber sonne in der mittel komponenten ich freue mich frei 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 so leute ich werde mir erst mal männlich in diesem stamm verstecken und würde ich sagen rei lg springer stief er das ist zum öffnen das ist ein computer das ist ein schrank zu verstecken wo er zum krach man das ist der computer oh oh das ist mein aufzug geh weg das ist mein aufzug warte hoch einer lädt mich lädt mich lädt mich lädt mich die scheiße muss zu gehen wieso geht die scheiße nicht zu also mal ganz ehrlich ich würde mich jetzt echt langsam sicher fühlen wenn ich mal das alien hier vorbei laufen sehe damit ich weiß dass es da ist einfach nur zu wissen wo es ist ja 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 ja